Are you fucking kidding me? Way too dank. Wie einen Strauß Bommelwurz, alter. Ich muss nach Moglingen. Ich muss nach Moglingen. Wohin? Moglingen. Moglingen. Ich weiß mal, ob es das wirklich gibt. Of course. In real life meinst du? Ja, in real life. Da bin ich irgendwo nie dabei. Moglingen. Moglingen gibt's. Das ist close enough. Da leben die ganzen Kupo-Kupo, motherfucker. Oh, Kupo-Kopp. Oh. Irgendetwas haben diese Fichte an sich, das mich rasend macht. Ist es das Geflatter? Der wippende Bommel? Das zuckersüßte Gepiepse? Ich weiß es nicht. Zuckersüß. Fucking annoying. Wip wiu. Sidurgu. Based. Ich hoffe, er stirbt nicht. Spoiler. Boah. Moglingen. Warum willst du eigentlich anderen helfen? Nee. Wo kommst du her? Das interessiert mich. Du fucking kleiner Dreckswicht. Ja, das war nicht die Frage, die ich dir gestellt habe. Du Spocko. Wir sind eins da. Boah. Hahaha. Hahaha. Bambruide. Hahaha. Das ist krass, dass sich das so in... in den Kopf gebrannt hat, Alter. Ja, ich seh ihn laufen. Ich seh einen dummen Werbären laufen. Bambruide. Ritt in einen anderen Aparo. Crazy. Wer ist Mist, der? Woher kommt der? Und warum will er anderen Leuten helfen? Das ist die Frage. Mist, der. Mist, der. Fucking idiot. Er hat meinen Aether geklaut. Meinen Jobkristall kaputt gemacht. Und jetzt muss ich ihm helfen. Fucking idiot. Gehen wir wieder zu richtigen Leuten, die kein Bommel auf den Kopf tragen. Wow. Xenophobic. Hahaha. Richtigen Leuten. Ja. Sag dir meinen richtigen Leuten. Stammt Pauke würde er hinhalten. Jawohl. Stammt Pauke. Wie viel Experience brauchst du denn noch? Ähm. 960.000. Woah. Ja. Woah. Das ist ja noch 5x Shizui. Alter, tote Mogris. Geil. Wow. Ah, siehst du das? Zuerst konnte ich mich vor Freude über die wie tot dalegenden Bommel kaum halten. Nice. Best. Bester Mann Sidorgo. Tote Mogris sind gute Mogris. Wegen. Und jetzt doch noch mal. Tote Oscmas. Stoteledig. Toteamen. Wack. Pauke. ich glaube ich muss die gruppe verlassen ich glaube ich muss die gruppe verlassen Oh, no. Don't do it. Oh, fuck, no, you idiot. Oh, 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 no, you idiot. Yes. Oh, no, you idiot. 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 Tastatur hieß, die wir vorher hatten, die Razer-Tastatur, das war die Black Widow. Genau, schön mechanisch. Aber es war nicht die geile aus dem StarCraft-Treff. Das war auch eine Black Widow, aber eine andere. Ja, es war eine andere Edition, die mit den abgekatteten Rändern. Die hat sich gemerkt. Boah, das war... So unironically, meine Pizza kam gerade. Okay. Es ist sehr früh. Dann machen wir mal Fresspause. Boah. Na dann, was isst du? Krapfen. Krapfen? Weiß nicht. Ich hab hier noch einen Skür und einen Krapfen. Mal schauen, was ich hier noch esse. Das ist so ein isländischer, äh, ziemlich dickflüssiger Joghurt. Okay. Also Kamm. Ja, genau. Mit viel Protein und extra cremig. Und weiß. Obvious. Ja klar. Aber immerhin kein Soja-Zeug. True. Big true. Frisst mal lieber Kamm. Richtig. Oh, I'm gonna come. Ja, sicher nix mehr. Sorry, war Absicht. Schade, hier ist voll die Sad-Cutscene und ich rede über Kamm. Ruined. Ja. Ist das aber geruined. Ja. Das ist die Durgurt gegen seinen Meister verloren. Spoiler. Ja. Also, die Stormblood-Dark-Night-Storyline bis jetzt ist echt fucking lame, alter. Ja. Ich fand das zu Frey. Der war cool. Er ist weg, oder wie? Ja, er ist weg. Er ist weg. Er ist gone. Ja, Stormblood. Ich fang auch grad an mit Stormblood-Klassequests hier. Und? Ja. Ich bin noch nicht so wirklich drin, aber ich hab eigentlich jetzt schon keine Lust drauf, weil... Ja. Es gibt Shadowbringers und es gibt Heavensward und das dazwischen ist halt nicht so doll. True. Those Tiefe Wunde or his Durgurt... Aahh! Don´t die, man! Fuck ey, noch 6 Level. Fünfmal Bad am Probelaufen, ey. Oh Gott. Ja, aber bald ist, ähm... Buzzer. Ah, Copium. Big, big Copium. What are you supposed to do without Copium? True. Ja, nix, wixen. Auch Copium. Alles was keinen praktischen Ziel erfüllenden Zweck hat, ist Copium. Stimmt, ey. Also, by definition, Cop Drogeldorn nicht. Ne, der kann das gar net. Der kann nicht Cop. Das ist immer noch geil, wer seinen Raum zusammengeschlagen hat, als er realisiert hat, dass Horus tatsächlich ein Heretic ist. Krass sieht er voll aus, ey. Ja, das kann er. Man sieht's nur zu selten. Ja, das kann er, der echte. Ja. 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 Doch, mit Schmerz. Mit Schmerz. Geil, he's just like me. Und dann fällt ihm die Hand ab. Fällt ihm die Hand ab und er schaut einfach nur so, als wenn nichts passiert. Boah. Du bist halt abgefallen, ne? Oh, das ist gut, ey. I coped mit Pain. Du hast sogar die Pramark Hand kaputt gemacht. Fuck. Magic Pain, love. Ich glaub sogar, dass er seine ganze Legion ist, die das tragen. Sein Chapter. Geil. Mein Cat Crush erzählt mir grad, äh, Storys vom Pendeln. Oh. Ja, äh, anscheinend ist da grad irgendjemand auf der Flucht und da laufen vier Polizeibeamte hinter mir. Also nicht hinter ihm, hinter dem Typen. Ja, und äh, äh, das passiert halt bei der Bahn irgendwie. Oder... ... ... Vielen Dank.